Ich bin 18 und komme aus der schweiz perücke oder oder echt ist die brille jeden tag an der alten johnny aus der schweiz oder was kommt die brille ist lustig das passt alles also geiles outfit finde ich die brille ist sehr auffällig ist es eine influenza oder so instagram und youtuber also youtube kommt noch ist noch populär aber instagram ich will follow hast du 21 k und du willst auch singen das lieb ist laid-back da bin ich mal gespannt Dankeschön. 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 Ja, Sava, was hast du? Ziemliches Gesamtpaket hier gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schau. Lass das aus einmal. Komm, lass es raus. Ich liebe dich. Du bist mein Vorbild. Oh mein Gott. Ich finde es ziemlich gut. Oh mein Gott. Für mich bist du Vorzeigekandidat, was wirklich Persönlichkeit angeht. Du hast so ein Gefühl über deinen Körper, über deine Mimik, über deine Augen. Es ist genau das, was es braucht eben. Es war einfach ein Genuss. Es war wirklich wundervoll. Dankeschön. Das Ding ist, wir brauchen eine geile Typen. Und du bist es brutal. Du bist normal. Sieht mega. Du passt perfekt auf diesen DSS-Stern hier. Danke. Topfrau. Und ja. Von mir ein Go. Ein Jahr. Go. Ist Englisch. Ja. Du hast Personality. Du bist jung. Alles prima. Du singst ganz gut. Hast einen guten Style. Bist eigen und so. Ja. Ja, ich würde mal sagen, die Jury findet dich gut, Luisa. Dann ist ja alles gesagt, oder? Ja. 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 Viel besser kann es nicht werden. Mit der goldenen CD von Xavier überspringt Luisa den Deutschland-Recall. Sie erhält die direkte Fahrkarte für den Recall in Thailand. Viel Spaß. Ich streng dich an. Auch die Kandidaten im Warteraum sind von Luisa begeistert. Das ist schon ein sehr, 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 sehr krasses Gesamtpaket. Oh mein Gott. Ja. Ich kack mir in die Hose. Darf ich euch die Hand geben? Ja, ja, klar. Danke schön. Oh mein Gott, danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Okay. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, herzlichen Glückwunsch, Luisa. Auf einmal bekommt es alles einen Sinn und einen Grund, warum derjenige sich so geben darf. Steht ja wirklich gut die goldene CD. Was hat dich denn an Luisa so begeistert, Xavier? In meinen Augen einfach, da jemand die Stimme schon entwickelt hat und der Rest kam dann später. Wie auch immer oder alles kam zusammen, aber es passt zusammen wie die Faust aufs Auge. Ich dachte, ich komme vielleicht weiter, aber dass ich halt jetzt die goldene CD bekommen habe, ja, das ist unglaublich. Das habe ich nicht erwartet, überhaupt nicht. Amazing. Amazing trifft es ziemlich gut, Luisa. Wir sehen uns im Recall in Thailand. Vielen Dank, Xavier.